Bhagavad Gita Vers 4.29 Und es gibt sogar noch andere, die dazu neigen, den Vorgang der Atembeherrschung zu praktizieren, um in Trance zu bleiben. Sie üben sich darin, den ausströmenden Atem im einströmenden und den einströmenden Atem im ausströmenden anzuhalten und bleiben so letztlich in Trance, da sie das Atmen einstellen. Einige von ihnen bringen, indem sie das Essen einschränken, den ausströmenden Atem sich selbst als Opfer dar. Erklärung Dieses Yoga-System, durch das man die Atmung kontrollieren kann, wird Pranayama genannt und es wird zu Beginn des Hatha-Yoga-Systems durch verschiedene Sitzstellungen geübt. All diese Vorgänge werden empfohlen, um die Sinne zu kontrollieren und Fortschritt in der spirituellen Verwirklichung zu machen. Diese Technik bedeutet, die Luft im Körper zu beherrschen, um ein gleichzeitiges Strömen in entgegengesetzte Richtungen zu ermöglichen. Die Apane-Luft strömt nach unten und die Prane-Luft strömt nach oben. Der Pranayama-Yogi übt so lange, in entgegengesetzte Richtungen zu atmen, bis sich die beiden Luftströme gegenseitig aufheben und Puraka, Ausgeglichenheit, herrscht. Wenn man den ausströmenden Atem in den einströmenden Atem einführt, so wird dies Re-Jaka genannt. Und wenn diese beiden Luftströme völlig zur Ruhe gekommen sind, so wird dies Kumbhaka-Yoga genannt. Durch Kumbhaka-Yoga verlängern die Yogis ihre Lebensdauer um viele Jahre. Ein Krishna-bewusster Mensch jedoch kontrolliert seine Sinne automatisch, denn er ist immer im transzentalen, liebevollen Dienst des Herrn verankert. Da seine Sinne immer im Dienste Krishnas beschäftigt sind, gibt es für sie keine Möglichkeit, auf andere Art beschäftigt zu werden. Am Ende seines Lebens geht er selbstverständlich in das transzentale Reich Shri Krishnas ein und folglich versucht er nicht, seine Lebensdauer zu verlängern. Er wird augenblicklich auf die Ebene der Befreiung gehoben. Ein Krishna-bewusster Mensch beginnt auf der transzentalen Stufe und befindet sich daher ständig in diesem Bewusstsein. Aus diesem Grunde gibt es für ihn keine Möglichkeit, herunterzufallen und letztlich geht er in das Reich des Herrn ein. Das Verfahren, das Essen einzuschränken, wird automatisch praktiziert, wenn man nur Krishna-Prasadam zu sich nimmt, das heißt Speise, die zuerst dem Herrn geopfert wurde. Um die Sinne zu kontrollieren, ist es sehr hilfreich, das Essen einzuschränken. Ohne die Sinne zu beherrschen, ist es nicht möglich, sich aus der materiellen Verstrickung zu lösen.